Aber die Kids klauen ja einfach Content, packen das auf ihre eigene Instagram-Seite, kriegen dafür jede Menge Likes und wenn man dann sagt, hey, das ist aber nicht in Ordnung, dann sagen sie, ja, nee, ich mach das professionell und deswegen weiß ich, was in Ordnung ist oder nicht. Und ich so, nein, dafür gibt es Gesetze. Die Energy YouTube Show. Das Interview. Ja, eigentlich heiße ich David und betreibe eben den Kanal mit dem Namen Der Schlaumacher unter anderem. Und auf YouTube mache ich, wie du schon ein bisschen angeteast hast und wie der Name vielleicht vermuten lässt, allerlei Wissenswertes. Also es ist eigentlich eine Tüte voller Buntem sozusagen. Alles, was irgendwie die Leute ein bisschen neugierig auf die Umwelt werden lässt von Tipps und Tricks. Ich habe mal Lifehacks gemacht, das habe ich dann aber lieber anderen größeren YouTubern mit der Zeit überlassen. Und jetzt mache ich viel so kleinere Reportagen mal oder, ja, so kleine Erklärvideos, welche Laute machen Giraffen oder sowas. Wie kommt man daraus, solche Videos zu machen, so welche Laute machen Giraffen? Naja, sowas fällt mir meistens morgens in der Dusche ein tatsächlich. Wo auch sonst? Warum ist Milch eigentlich weiß? So, ne? Ich meine, du trinkst gerade aus deiner Wasserflasche, das ist alles durchsichtig, aber Milch ist weiß. Warum, so. Und, ja, das fällt mir meistens im Bett oder in der Dusche oder so im Alltag irgendwie auf. Ich bin vielleicht ein bisschen komisch. Naja, das sind wir alle irgendwo ein bisschen, ne? Seit wann machst du das schon? Jetzt seit Frühjahr 2015. Und was war so deine Intention, damit anzufangen, mit so Erklärvideos, Schlaumachvideos? Einerseits war ich schon immer irgendwie ein Klugscheißer im hoffentlich positiven Sinne. Bin auch so einer, der so ganz furchtbar auch mal gerne ins Museum geht oder sowas. Und fand immer, dass viele Sachen auch so in der Schule irgendwie nicht so richtig sinnvoll erklärt werden. Und ich wollte halt versuchen, den Leuten so ein bisschen, die Leute neugierig auf die Welt zu machen, theoretisch. Indem man es einfach spannend erzählt und irgendwie vielleicht mal so doofe Fragen auch klärt, die sich die Leute vielleicht auch einfach stellen. Also ist dein Ziel auch irgendwo, Schüler zu erreichen, die damit irgendwie wissen, für die Schule generieren können? Ne, überhaupt nicht. Tatsächlich. Also ich möchte überhaupt gar kein Nachhilfeunterricht oder sonst was sein. Ich sag immer selber, ich bin so eine Mischung aus Galileo und Sendung mit der Maus vielleicht. Oder Galileo ohne Rutschentests und Riesenburger oder sowas. Bis jetzt. Bis jetzt. Natürlich muss man auch immer, wenn es um die Klicks geht, mal gucken, was die Leute auch wirklich wollen. Also ich finde, das ist auch wichtig, nicht nur irgendwas zu machen, was für mich jetzt ganz toll ist. Viele YouTuber sagen, das so, ja, mach das, was du liebst. Mir macht das auch Spaß, wenn ich Leuten was erkläre, was sie wissen wollen und nicht nur, was ich wissen will. Was für einen Stellenwert haben Views bei dir? Ist relativ, ne? Also natürlich möchte man, ich glaube so jeder YouTuber möchte irgendwie ein bisschen wachsen. Deswegen freue ich mich natürlich schon, wenn viele Leute die Videos gucken. Ich mach da so meistens so ein, ich sag mal, ein Mix draus. Zwischen Dingen, die mir persönlich wichtig sind. Ich hab auch mal was über Selbstbewusstsein. Wie wird man selbstbewusster? Wie wird man schlagkräftig und sowas? Das sind jetzt nicht so die Bestseller, würde man sagen. Und dann mach ich eine Mischung, die die Kids oder, ich sag mal, junge Erwachsene eher interessiert. Und dann gibt es eine ganz gute Kombination und ist so ein bisschen wie Anködern und dann mit den coolen Sachen in die Ecke kommen. Was ist dein erfolgreichstes Video? Ja, da kommen wir schon mal zu einem Thema. Tatsächlich mein erfolgreichstes Video mit jetzt mittlerweile über eine Million Aufrufe ist, was darf ich ab 14? Ist natürlich absolute Kernzielgruppe auf YouTube, würde ich mal behaupten. Und das ist auch etwas, was ich glaube auch irgendwie jeden in dem Alter vorantreibt. Also man will auch irgendwie wissen, ja, was darf ich jetzt? Darf ich jetzt Alkohol trinken? Kann ich schon irgendeinen Führerschein machen? Ich weiß, dass ich mit 15 meinen Mofa-Führerschein gemacht habe damals. Und das sind halt so Sachen, die die Leute interessiert. Und da will ich natürlich auch möglichst sinnvoll irgendwie was mitgeben. Wie ist eigentlich so deine Zielgruppe auf YouTube? Ist es eher männlich, weiblich? Welche Altersgruppe? Das ist total unterschiedlich tatsächlich. Natürlich tendenziell männlich, weil einfach die Zielgruppe oder die Grundgesamtheit der Zuschauer auf YouTube sind eher männlich. Aber es ist extrem abhängig vom Thema. Wenn ich jetzt was mache zum Thema WhatsApp-Emojis erklärt, was ich übrigens auch sehr spannend finde, weil es irgendwie super viele Emojis bei WhatsApp gibt, wo man so denkt, so hä, ich meine die haben japanischen Ursprungs und so, aber was bedeuten die? Da sind viele, also gerade bei so Social-Media-Videos oder so Messenger-Videos sind auch viele Mädels dabei. Wenn ich jetzt irgendwie was, ich habe auch mal was über Pokémon Go gemacht, was das total der Hype war, gebe ich zu, ich bin auch einfach ein Marketing-Futzier gelernt. Da sind dann eher die Jungs dabei. Also das ist wirklich extrem themenabhängig. Du hast gesagt, Marketing gelernt. Was machst du jetzt beruflich? Ich bin tatsächlich YouTuber. Also du hast vorhin ja auch gefragt, so was hat dich dazu angetrieben, YouTube zu machen? Ich habe vorhin in der Werbeagentur gearbeitet und wollte schon immer mal in so einen Social-Media-Bereich. Und alle, die, die schon mal gearbeitet haben, wissen das. Man bewirbt sich irgendwo und dann heißt es so, ja, leider nicht genug Berufserfahrung. Und du musst halt als junger Mensch heutzutage ja immer schon irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung haben und dann schon eine extreme Experte sein für irgendwas. Und du schaffst es gar nicht so richtig reinzukommen. Oder du musst dich halt super unter Wert verkaufen und dann lauter Praktika machen oder sowas. Darauf hatte ich keine Lust und ich wollte auch schon immer selbstständig werden. Deswegen habe ich gedacht, hey, YouTube ist eine super Spielwiese, wo es viel um Branding geht, um Marketing und sowas. Und das fand ich extrem interessant und habe dann im Gegensatz zu vielen anderen YouTubern, die sagen, ja, ich habe das mal so neben der Schule oder neben dem Studium angefangen, habe ich mich tatsächlich hingesetzt, habe mir ein Konzept gemacht und war quasi von null Abonnenten an hauptberuflicher YouTuber, wenn man so will. Das ist aber auch eine Geschichte, die kann kaum jemand erzählen. Ja, und ich sage mal, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich jetzt natürlich nicht rein von meinem YouTube-Kanal leben kann. Und habe aber festgestellt, dass viele Unternehmen natürlich auch gerne was in Richtung Social Media machen wollen, da aber in dem Fall denen die Expertise fehlt. Und da gehe ich jetzt halt auch in so eine Beratungsrichtung tatsächlich. Du bist jetzt jemand, der sagt, ich habe da eigentlich von Anfang an irgendwie daran gedacht, ich will das beruflich machen. Ist das für dich ein Problem zu sehen? Macht dir YouTube trotzdem Spaß, obwohl es Beruf ist? Ich finde, gerade wenn man sich aus Eigenantrieb selbstständig macht, mit etwas, was einem grundsätzlich Spaß macht, arbeitet man ja nicht mehr wirklich. Ja. Also es gibt, glaube ich, mal so einen schlauen Spruch, der heißt, such dir was, was dir Spaß macht, machst du deinen Beruf und du musst nie wieder arbeiten. Ja. Natürlich gibt es auch mal Phasen jetzt gerade, wo ich auch viel außerhalb von YouTube und ich sage mal in Anführungszeichen hinter der Kamera zu tun habe, bleibt natürlich wenig Zeit für YouTube selbst. Da muss man sich auch ab und zu mal zwingen, sich mal wieder die Ruhe zu nehmen, auch gerade, weil man gar nicht erst mal richtig in diesen kreativen Flow kommt. Auch bei Wissensvideos muss man mal kreativ sein und sich überlegen, okay, was macht man als nächstes Thema. Und das blockiert einen natürlich schon, da muss man sich auch quasi so ein bisschen zum eigenen Glück zwingen. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, aber es ist doch immer cool, wenn Leute drunter unter das Video schreiben, hey, das hat mir super geholfen oder das fand ich echt interessant, weiter so pipapo. Klar, das bestärkt einen auch in dem, was man macht. Auf jeden Fall. Das will man ja auch in einem normalen Job haben, dass der Chef mal sagt, hey, hast du super gemacht. Ganz wichtig tatsächlich einfach, ansonsten ist man frustriert irgendwann. Ja klar, ich sage auch, ich sage auch, also ich mache ja auch oft so, gebe ja auch kleinere YouTubern Tipps und veranstalte so Meetups und sowas, wo man sich austauschen kann. Und ich sage den Leuten auch immer, sucht euch ein Thema, das euch grundsätzlich Spaß macht, weil sonst die Langzeitmotivation auch drunter leidet. Also viele YouTuber jetzt, gerade wo es die Änderung gab mit der Monetarisierung und so weiter, dann sage ich auch ganz einfach, Leute, wenn ich es jetzt nur fürs Geld gemacht habe und irgendwie bei tausend Abos, wo jetzt die Grenze ist, verdient ihr eh noch nichts. Dann ist es vielleicht das falsche Ziel, was ihr habt. Ja, voll. Meetups ist ein cooles Thema eigentlich. Du setzt dich dafür ein, dass das junge, neue, aufstrebende YouTuber zusammenkommen. Wo kann man sich da informieren? Wo gibt es so welche Meetups? Als ich damals noch ganz, ganz, ganz kleiner YouTuber war und ich habe damals noch in Hamburg gewohnt und ich hätte mich halt super gerne mit anderen YouTubern ausgetauscht. Gerade, weil ich halt noch gar nicht so langer YouTube-Konsument auch vorher war. Aber was ich mir echt gewünscht hätte, wären halt Leute, mit denen ich auch so ein bisschen Nerdtalk machen konnte. So, ja, was machst du hier und Watchtime und Pipapo, keine Ahnung was. Und das gab es halt leider gar nicht. Dann habe ich gesagt, hey, da organisiere ich doch mal was und mach mal wirklich so eine Art Stammtisch. Und tatsächlich sich informieren kann man. Wir haben eine kleine Website eingerichtet, die ist aber wirklich nur selber zusammengeklöppelt. So, ich glaube, tubegermany.de heißt die, also tubegermany.de. Das organisiert sich hauptsächlich über lokale Facebook-Gruppen. Hier gibt es eine in Berlin, dann gibt es eine in Hamburg, Frankfurt, Köln und so weiter. Also wirklich sind fast, ich habe das so geplant, dass niemand länger als eine Stunde fahren muss zu so einem Meetup. Wie sieht deine Zukunft aus? Möchtest du irgendwie eher weiter vor der Kamera dich positionieren oder doch eher hinter der Kamera? Also ich hätte gerne mehr Zeit, noch vor der Kamera was zu machen. Aber mir macht es auch super viel Spaß, so Seminare zu geben oder zu beraten, weil ich bin halt auch nur mal irgendwie ein bisschen der Schlaumacher. Und ich komme nicht umher, irgendwie den Leuten dann doch meine Meinung aufzudrücken und zu sagen, was ich für besser halte. Was bedeutet YouTube für dich? Wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich schon, bin ich schon ein bisschen wehmütig, so den alten YouTube-Zeiten wegen sozusagen. Das war schon cool, als so noch mehr so die Nerds da waren und man einfach eine lustige Kamera geschnappt hat und ein paar Sketche gefilmt haben, die man eigentlich nur hauptsächlich selber lustig fand. Ähm, aber ich glaube mittlerweile hat sich YouTube weiterentwickelt und es wird immer mehr und mehr zu so einer Art Netflix oder sowas. Also die Leute, ich stelle das wirklich selber fest, die Leute kommen abends von der Arbeit, aus der Uni, aus der Schule, sonst was, setzen sich hin, essen noch was zu Abendessen und gucken dann YouTube wie Fernsehen. Und ich glaube, das wird auch mehr und mehr die Zukunft sein, also dass man sich dann einfach wie Fernsehen davon brieseln lässt, Video on Demand. Ich als YouTuber, der schon lange mit dabei ist, ich weiß natürlich, okay, YouTube ist halt ein Business-Ding so, ja. Für die Zuschauer ist es halt so, für die ist es einfach reine Unterhaltung, es geht nicht um Business. Ist YouTube für dich eigentlich inzwischen eher so ein Business-Ding geworden, also insgesamt jetzt? Also tatsächlich, da ich ja auch so beratend tätig bin, finde ich YouTube super spannend, wenn man so hinter die Kulissen blickt. Also auch sowas, wie funktioniert der Algorithmus, wie funktioniert Video-SEO und sowas, dass wirklich die Videos auch besser in der Suche angezeigt werden und sowas. Das finde ich einfach super spannend, das ist so ein bisschen wie so ein Rätsel, sag ich mal, oder so eine immer wieder Herausforderung, sich anpassen und so weiter. Oder als Business-mäßig, also Business ist so oder so, weil es ist mein Beruf. Also wenn du jetzt jemanden sagst, wenn du jetzt jemanden im Zirkus fragst, ist Zirkus für den auch Business in gewisser Weise. Und das bleibt natürlich nicht aus, aber tatsächlich ist YouTube so, so, so vielfältig von den Inhalten her. Da gibt es ja quasi alles. In letzter Zeit essen die Leute sogar komische Waschmittelzusätze, was wirklich verrückt ist. Und halt, weil jeder was drauf posten kann oder jeder Videos hochladen kann, ist es halt viel mehr als Business. Business natürlich oder jede Branche, auch Unterhaltungsbranche, ist immer ein Stück weit Business, wenn man halt Teil davon ist. Dieses Influencer-Marketing, das ist ja gerade ein bisschen so ein Verruf gekommen. Kurze Erklärung, da war ja so ein Mädel oder viele Leute sind es eigentlich, die irgendwie gerne kostenlos im Hotelzimmer sein möchten, reisen wollen und schreiben dann irgendwie Firmen oder in dem großen Fall, der jetzt rausgekommen ist, war es halt ein Hotel, eine relativ freche Anfrage, ob man nicht irgendwie ein Luxushotel für ein paar Nächte mit mehreren Leuten kostenlos haben kann. Und da haben sich natürlich gerade auch die ganzen Unternehmen oder viele Unternehmen groß drüber aufgeregt. Wie stehst du dazu? Dieses ganze Influencer-Marketing ist ja schon ein schwieriger Punkt, der auf jeden Fall auch immer noch in der Entwicklung ist. Also einmal muss ich sagen, das Influencer-Marketing gibt es halt auch schon vor YouTube. Also es wurden ja schon immer in Anführungszeichen Prominente für Werbung genutzt, um den Leuten zu sagen, hey, der Promi findet das gut, also kann es ja nicht schlecht sein so ungefähr. Und das Gleiche ist jetzt quasi auch bei Social Influencern, nur dass die halt eben auch selber eigenen Content erstellen, was halt bei einem Tennisspieler oder Michael Schumacher oder sowas nicht der Fall war. Jetzt bei diesem Blogger-Gate-Ding muss ich einmal zum Beispiel sagen, es war immer die Rede davon, dass, da wurde auch oft gesagt, es war ein Luxushotel, tatsächlich ist es ein Drei-Sterne-Hotel. Weiß ich jetzt nicht, ob das so krass luxuriös ist. Wie gesagt, haben auch viele gesagt, sie wollte sich schnorren. Und ich finde, schnorren ist ja immer so was, ich möchte was geschenkt bekommen ohne eine Gegenleistung. Und sie hat ja immerhin, ob man das jetzt gut findet oder gerechtfertigt findet oder vom Gegenwert gleich findet, Promotion quasi angeboten als Gegenwert. Ich habe früher in einer Kooperations-Marketing-Agentur gearbeitet, da war quasi das Gang und Gebe, dass Unternehmen wie bei so einer Dating-Agentur zusammengefunden haben, um gemeinsam was zu machen ohne Geld. Das heißt, irgendein Verlag hat gesagt, hey, wir geben euch Zeitschriften, verteilt die in eurer Mode-Filiale oder sowas, da könnt ihr euren Kunden was schenken und wir erreichen damit eine größere Reichweite unserer Zeitschrift oder sowas. Und genau das Gleiche ist ja hier auch der Fall. Also sie hat quasi einfach einen Tausch von Dienstleistungen quasi angeboten. Also natürlich habe ich das auch gemerkt, dass es natürlich so ein bisschen, sie wollte da einfach kostenlos das Hotel haben, aber so wie sich die Leute aufgeregt haben, so ja, die ganzen Influencer, die wollen immer nur schnorren und die so nach dem Motto, die sollen sich mal einen richtigen Job suchen und so. Die verstehen halt auch nicht, dass es halt auch irgendwie ein richtiger Job ist. Ich sage mal jetzt eine Reichweite aufbauen, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Also deswegen, natürlich, manche haben da eher ein Talent zu und für die ist es weniger schwer, für manche ist es schwerer und ich fand das schon sehr einseitig und sehr falsch dargestellt. Und wie gesagt, durch die Medien, die haben es dann immer nur aufgegriffen und wollten selber auf den Hypetrain aufsteigen. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Grundsätzlich finde ich aber Influencer-Marketing weise eingesetzt sinnvoll, natürlich nicht für alles. Es gibt auch viele Beispiele, wo es total in die Hose geht, weil sich die Leute einfach keine Gedanken machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine super Möglichkeit, wenn die Zielgruppen, sage ich mal, übereinstimmen, zu sagen, hey, wir haben hier ein cooles Produkt. Vielleicht findet der Influencer, egal jetzt auf Instagram oder YouTube oder sonst wo, das Produkt sogar wirklich auch gut. Und ich finde, da muss tatsächlich auch noch ein bisschen geschult werden. Ein bisschen viel eher. Ja, ein bisschen viel geschult werden. Gerade wenn irgendwie Influencer bei Netzwerken sind, YouTube-Netzwerken zum Beispiel oder bei Managementagenturen. Ich habe das Gefühl, da wird wenig geschult. Früher im Fernsehen oder in Hollywood oder so, da werden die ja alle nochmal richtig gecoacht. Da wird ihm beigebracht, wie hast du ein Interview zu führen. Dieses Professionelle wird denen einfach beigebracht. Und ich finde, das muss auch im Internet mittlerweile stattfinden, obwohl natürlich dieses, wir sind alle so echt und so bla bla da ganz wichtig ist. Aber am Ende musst du halt auch irgendwo professionell rüberkommen. Und man sieht das zum Beispiel ganz oft an amerikanischen YouTubern, wenn die mal in Deutschland sind. Die verhalten sich ganz anders als deutsche YouTuber, viel professioneller. Ich glaube auch, dass durchaus in der Schule sollte es nicht unbedingt ein Fach, aber vielleicht eine AG oder irgendwie ein Wahlpflichtfach oder eine Projektwoche zum Thema Medienkompetenz geben. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Kids heutzutage manchmal Dinge posten, sei es auf Facebook, Instagram, sei es auch Dinge, die sie ihren Freunden bei WhatsApp schicken, dass da wenig drüber nachgedacht wird. Und auch zum Thema Urheberrecht kriege ich immer eine dicke Halskrause, weil ich das mal gelernt habe auch und weil ich auch fotografiere und das natürlich da ein viel größeres Thema ist bei Fotos und auch bei Musik oder was weiß ich was. Aber die Kids klauen ja einfach Content, packen das auf ihre eigene Instagram-Seite, kriegen dafür jede Menge Likes. Und wenn man dann sagt, hey, das ist aber nicht in Ordnung, dann sagen sie, ja nee, ich mache das professionell und deswegen weiß ich, was in Ordnung ist oder nicht. Und ich so, nein, dafür gibt es Gesetze. Also ich glaube, das ist natürlich jetzt eine Generation, die damit aufgewachsen ist, alles ist im Internet kostenlos. Und da ist jetzt die Frage, wie man damit zum Beispiel umgeht. Und das ist halt nicht nur bei Influencern so, sondern generell bei der Generation, ich sag mal, jünger als 25 oder sowas. Und ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Thema, wo nicht nur die YouTuber geschult werden sollten, die natürlich auch in gewisser Weise, aber auch ein Stück weit auch die Zuschauer. Weil sie dann eben nicht unterscheiden können, ist das jetzt Werbung oder ist es keine Werbung. Und ja, ich finde, da sollte insgesamt noch viel passieren, aber ich glaube, das ist etwas, was mit der Zeit kommt. So Aufklärungskampagnen kommen ja meistens immer erst, wenn es schon zu spät ist. Das stimmt. Leute, das war das Interview mit dem Schlaumacher. Vielen Dank, dass du da warst. Seinen YouTube-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr solltet auf jeden Fall am Sonntag reinschauen oder reinhören, besser gesagt, bei Energy. Um 20 Uhr zur besten Radiosendung zum Thema YouTube auf der Welt. Und abonniert den Energy-Kanal. Kauft mein Scheißbuch. Kauft sein Scheißbuch, verdammt. Kauft mein Scheißbuch. Kauft mein Scheißbuch. Kauft mein Scheißbuch.